Also dieses kleine Hundchen, ein Chihuahua-Mix, eine Hündin, die muss noch kastriert werden, die ist läufig gewesen auf der Straße und Paula befürchtet, dass sie sie empfangen hat. Und leider ist sie etwas älter, sie war gewohnt, immer wegzulaufen und zu flüchten. Jetzt ist sie hier bei ihr und gewöhnt sich jetzt einmal langsam an ein halbwegs normales Leben. Sie müsste natürlich zu Leuten, die wirklich sehr, sehr aufpassen, dass sie nicht wegläuft und die halt die Angst nehmen, die sie noch hat.